Freunde, fühlt euch alle mal gegrüßt! An alle Hildegards, Samiras, Patrick, Davids, ach, es gibt ja tausend, was sie in den Namen haben. Ich zeig euch jetzt mal mein Zimmer! Das hier ist meine eine Wand. Merkt man, ich bin ein bisschen Simpsons und Serien verrat. Das hier ist meine zweite Wand. Und mein Fernseher. Das hier ist meine dritte Wand. Ihr müsst wissen, ich liebe Hunde. Das hier ist meine vierte Wand. Mit meiner Lieblingsserie. Meinem Spiegel. Und natürlich meinen Hunden. Und nochmal ein Riesenbild von meinem Hund. Ihr müsst aber dazu wissen, hier an die Seite, wo noch mein anderer Hund. Der Paddy heißt. In einem Riesenbild. Wie mein Hund Max. Und noch mein Bett. Und das war's mit meiner Wurmtour. Naja, ich hab noch einen Fußbrunnen. Braunen. Und noch einen Stuhl. Janne.